Wer mir auf GitHub folgt und auch dieses super schöne Projekt hier mit einem Stern versehen hat, sollte bereits eine Benachrichtigung bekommen haben, dass ich vor etwa zwei Stunden endlich eine neue Minicurve-Version veröffentlicht habe. Die große Änderung hier, man kann es auch schon hier lesen, ist, dass jetzt Chunks und damit die Welt generell gespeichert wird und sich auch wieder laden lässt. Also ich habe jetzt hier ein paar Sachen gebaut. Wenn ich jetzt die Datei neu lade, indem ich auf Aktualisieren klicke, ist immer noch alles da. Das ist sehr schön, weil man jetzt endlich das, was man hier baut, behalten kann und sich deswegen auch etwas mehr Mühe geben würde vielleicht beim Bauen. Es sieht jetzt auch etwas schöner aus. Also die Sichtweite, die wird jetzt strikt eingehalten, weswegen wir jetzt so einen schönen Kreis haben. Also um die Kamera herum ist eine Kugel, die als Radius die Sichtweite hat und alles, was außerhalb der Kugel ist. Also die Kugel selbst ist blau. Dieses blaue, was man hier sehen kann, das ist die Kugel. Ja, das funktioniert sehr schön. Man kann auch hier, konnte es zumindest eben erkennen, wie die Chunks geladen werden. Und ich möchte erstmal etwas eingehen darauf, was für Ressourcen das verbraucht und dann auch etwas den Code dahinter zeigen. Also erstens, wenn wir auf F3 drücken, wie immer, können wir hier oben links erkennen, dass das die Version 0.2.0 ist. Ich habe also das Minor, die Minor-Stelle angepasst, erhöht und nicht die Patch-Stelle, weil das jetzt eine große Änderung ist, finde ich. Dann können wir hier erkennen, dass jetzt gerade 256 Chunks insgesamt in dieser Welt sind und davon sind alle geladen. Wenn ich mir jetzt den Spieler hier bewege, zum Beispiel mal in einem anderen Chunk, sieht man, dass die Zahl sich verändert. Also die linke Zahl, die Zahl der gerade geladenen Chunks, weil nämlich, ja, schon mal die Chunks vorgeladen werden, die man dann am Horizont erscheinen sieht. Das war ziemlich kompliziert, auf diesen Algorithmus zu kommen, wie ich das am besten machen kann. Es läuft sehr flüssig, wie man sehen kann. Und jetzt möchte ich mal kurz die Ressourcen zeigen, die das Ganze braucht. Also erstmal sieht man hier bei M diese ganzen Chunks, die geladen sind, die nehmen alle insgesamt jetzt gerade einen Megabyte weg oder einen Mebibyte, Mebibyte oder wie man das ausspricht. Also 1024 Kilobyte. Und bei den Entwicklertools kann man erkennen, dass die gespeicherten Chunks auch nicht allzu viel wegnehmen. Also gespeichert werden die Chunks, wer schon mal in einen Minecraft-Level-Ordner reingeguckt hat, erkennt das Format wahrscheinlich wieder. Es ist einfach jeder Chunk in einem einfachen Eintrag hier gespeichert. Und weil man nur Textdaten in diesen Dingern hier im Browser speichern darf, habe ich mir einen Kompressor genommen, der diese Binärdaten, also die Chunks mit den Block-IDs drin komprimiert und dann in so einem jetzt nicht gut anzeigbaren Text, aber es ist trotzdem ein Text, der hier abgelegt werden kann, speichert. Dann können wir hier mal sehen, wie viel das jetzt gerade wegnimmt. Alle Chunks, die jetzt gespeichert sind, belegen gerade 1,3 Megabyte. Das ist relativ wenig, finde ich, dafür, dass ich hier schon ziemlich viel rumgespielt habe. Und die Größe der Chunks ändert sich ja nicht abhängig davon, was man reinbaut. Ich hätte jetzt auf diesem Platz hier schon andere Sachen bauen können. Das ist tatsächlich aber ein Problem, dass der Local Storage, den ich verwendet habe, begrenzte Größe hat. Man kann das ändern. Man kann bei Chrome zum Beispiel About Flex oder so, heißt das, müsste man mal nachgucken, da kann man irgendwo das Limit aufheben, dass man zum Beispiel 1 Gigabyte hat und dann ist es egal, wie viel man hier gespeichert hat. Das ist also der Verbrauch der gespeicherten Chunks, des Speichers hier. Und jetzt komme ich dann mal zum, ach ja, ich komme noch vorher zu einer anderen Zahl, die man sich angucken könnte, nämlich wie groß ist denn jetzt das Spiel. Wir können hier, wenn wir die Entwicklertools geöffnet haben, beim Neuladen den Cache überspringen. Das heißt also, dass das ganze Programm jetzt runtergeladen wird, als würden wir es das erste Mal öffnen, also ohne, dass das irgendwie zwischengespeichert ist. Und man kann sehen, es hat wie lang gedauert, etwa eine Sekunde, 831 Millisekunden. Dieses Spiel ist also sehr klein. Es ist unter 30 Kilobyte groß, was natürlich ein Witz ist, verglichen mit dem großen Bruder Minecraft. Minecraft ist deutlich über das Tausendfache, also deutlich über 30 Megabyte groß, meine ich. Ja, das Spiel selbst ist gerade mal 10 Kilobyte groß, komprimiert. Louis, mein Webfamwork, was ich hierfür verwende, unter 4 Kilobyte groß. Die ganzen Assets, also die Mediendaten, also die Texturen in diesem Fall nur, die sind auch enthalten in der App. Mal sehen, ob ich das irgendwo hier zeigen kann. Ja, hier. Also die Textur, das ist keine Bilddatei, die extra geladen wird, sondern das ist eine Bilddatei, die eingebettet ist in der App.js. Und trotzdem unter 10 Kilobyte. Ja, trotzdem unter 10 Kilobyte, obwohl ich für die Chunk-Komprimierung einen Kompressor mit reingetan habe. Hier habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich habe den nicht komplett selbst entwickelt und erfunden, sondern ich habe den von jemandem übernommen. Nämlich von dem hier, JobLeonard kenne ich nicht, aber der hat einen Kompressor in JavaScript geschrieben, der beliebige Binärdaten, also eine Ansammlung an Bytes, in einen Text reinkomprimieren kann. Und diesen Text kann man dann in diesen Local Storage ablegen. Den habe ich deutlich überarbeitet, dass er noch viel kleiner ist, der Kompressor. Und am Ende ist der nur knapp über 1 Kilobyte groß in meinem Code. Vielleicht sogar kleiner. Ich habe nicht so genau nachgeguckt. Auf jeden Fall ist er am Ende sehr klein und auch sehr schnell, was man ja daran sehen kann, wie schnell man hier, wenn ich das jetzt lade, die Chunks geladen sind. Schön schnell. Ja, eine weitere Änderung. Gibt es eine weitere Änderung? Ja, eine Kleinigkeit. Nämlich man kann jetzt auf R drücken und landet dann beim Spawn. Das Ganze mit den Chunks laden ist noch nicht so perfekt. Also ich habe, man hat es eben schon gesehen, wenn man die Sichtweite verändert, dann gibt es da manchmal Probleme. Ich kann das ja nochmal gucken, ob das jetzt immer noch passiert. So, ich mache jetzt mal auf maximal die Sichtweite. Na, jetzt geht es aber schon. Eben hat das ein bisschen gehakelt. Diesmal ging es problemlos. Die Sichtweite ist jetzt auf maximal. Das sind 128 Blöcke. Und jetzt sind die ganzen Chunks 4 Megabyte groß, also zusammen im Arbeitsspeicher. Und die Sichtweite ist schön groß und das Ganze ist schön schnell. Das liegt aber auch ein bisschen darin, dass ich hier eine geringe Auflösung habe. Also das ist jetzt ein alter Computer von 2009. Immer noch einigermaßen spielbar. Was passiert, wenn ich das jetzt hier weg mache? Jetzt ruckelt es wahrscheinlich. Ja, 7 FPS. Das würde viele jetzt schon sehr abschrecken. Wie sieht es aus mit 10? Also wenn wir eine Skalierung von 10, also dass jeder Pixel 10x10 Bildschirmpixel wegnimmt. Jetzt ist es wieder schön flüssig bei einer ziemlich großen Sichtweite. Hier könnte man also schon jetzt eine schöne Stadt bauen. Ja, das war mein tolles Vorstellungsvideo. Und über Rückmeldung würde ich mich sehr freuen, falls jemand irgendwelche Verbesserungsvorschläge hat oder Fehler gefunden hat. Einen Fehler habe ich selbst schon gefunden. Dann freue ich mich darüber. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!